Hallo, ich bin die Nadine. Ich betreue diverse Projekte hier in Österreich und verwirkliche hier diverse Projekte in den verschiedensten Segmenten. Hansaflex bietet mit der Scannerlösung eine schnelle Nachbestückung der Lagerartikel. Es ist also eine digitale Lagerverwaltung, wenn man so möchte. Mit wenigen Handgriffen kommt man zu einem schnellen Ergebnis. Mit dem Laser scannt man die Barcodes, ob auf Schränken, Kästen oder auch auf Schütten oder Kartons. Der Scanner hat in etwa eine Größe eines Mobiltelefons und ist somit platzsparend und sehr praktisch. Es ist also sehr einfach. Etikette aufkleben, Barcode scannen, gewünschte Lieferoption eingeben und schon hat man eine Bestellung erfasst und bekommt diese auf Wunsch zugestellt oder kann sie auch in der hinterlegten Niederlassung abholen.